Ja und damit willkommen zurück zu Diablo Immortal. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sollen jetzt zum Friedhof und genau das machen wir auch. Gut gemacht, ihr habt Woffen gerettet. Macht weiter und verdient euch noch mehr Ruhm und Belohnung. Kampf gegen Übel. Ja, alles klar. Machen wir. Ah, und jetzt sehen wir auch die ganzen anderen Spieler. Hallo Lenton, Sinderus, Schmied. Bin schon mal gespannt, wie das mit den Instanzen läuft. Kodex, was haben wir hier? Ah, okay, die typischen Belohnungen. Okay. Holen wir uns mal hier alles. Nice, neue Stufe. Okay, was haben wir hier? Ein einmaliges Paket ist jetzt im Shop erhältlich. Nein, bestimmt nicht. Ich gebe kein Geld aus. Und hier ahne was Rot. Shop. Achso, Gratis Tagesbelohnungen. Ähm. Magischer Staub. Splitter. Und Gold. 5.000 Gold. Nice. Nein, kein Geld ausgeben. Ist noch irgendwie was in der Nachricht. Download Belohnung. Vielen Dank, dass ihr euch in Sakturio anschließt. Wir haben am Beginn des Abends ein paar erfordert ihr für euch. 10.000 Gold. Holer Scholle. Ich bin reich. Glaube ich zumindest. Was noch mehr? Ereignisse. Kosmetisches Set des holenischen Vermächtnisses. Äh. Achso, das habe ich schon. Von meinen anderen Let's Play. Also, das war Let's Play. Wo ich jetzt für mich mal kurz gedessert habe. Navigation. Nein. Oh mein Gott. Der kann von alleine laufen. Oh, das ist ja mega praktisch. Cool. Oh, ich wünschte, es hätten mehr Spiele. Moin. Ignoriert es mich mal. Ist da was? Reise zum Friedhof. Cool ist der Hardwork. Außenbezirke. Und auch. Uh, auch die Mobs sind hier instanziert. Nice. Cool gemacht, Blizzard. Ja, machen wir schon. Ähm, begebt euch zum Ding. Hier haben wir noch was. Okay. Brustplatte der Vitalität. Aber die haben wir doch schon. Die ist aber geiler. Das. Ah, Vitalität. Na ja, geht nach unten. 160, 190. Ja, auch gerne. Ach, hier kann ich dann... Geht das mit dem Navigieren? Tipp mir, um Quest zu folgen. Ja, mache ich ja. Ähm. Wohners als Hausmeisters. Ist ein bisschen im Arsch hier. Oh, gehen wir da. Weiss. Hey, Ulrich. Die Frau da hinten hat etwas Problem. Ja, die Frau da hinten hat gesagt, was Probleme. Es scheint, dass Ashwald es immer wieder überrascht hat. Ähm, nichts so. Ähm. Ähm. Ja, die Frau da hinten hat gesagt, was Probleme hat. Ja, die Frau da hinten hat gesagt, was Probleme hat. Ja, die Frau da hinten hat gesagt, was Probleme hat. Ich habe meine Reasons. Gut, also seinen Sohn finden. Das machen wir. Haben sie auch keine Truhe. Außen wird circa... Also rein von der Gestaltung gefällt mir wirklich sehr gut. Ich werde mir das auf alle Fälle mal auf dem Handy angucken. Gerade im Vergleich für die Grafik. Oh, schlank. Kommt da. Ich glaube, es sind hier nicht alle Mobs instanziert. Aber die meisten zumindest. Nicht schön. Aber dann kann man wirklich für sich spielen. Moin. Also wenn ihr gerade zufälligerweise auf dem gleichen Server seid und mitspielen wollt, natürlich offen. Können wir eigentlich einen eigenen Kleiner aufmachen. Oh, you peasant. I know her body was buried here. Where is Orsilla's tomb? The Queen's tomb was hidden. The dead deserve their rest. Wrong answer. The dead serve me. A fact you will learn soon enough. You. You. It's your turn. It's your turn. So I suggest you speak quickly. Where is the tomb? I don't know. None of us do. Only the Queen's handmaid knew its location. I swear. Let this stop this. Your wanton disregard for life ends here. You will be brought to justice. So, how I tire of your jealous attempts to suppress my potential. No. Now with the power of the Worldstone at my command, I will obtain true dominion over the dead. Your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world. You are a relic old man and you are no longer needed. Okay, this was gerade ein bisschen störend, dass sie da, dass da einer mit reinkommen ist jetzt. Nice. Wieder Loot. Moin, Xul. Ja, mach mal. Und schon Stufe 12. Manche Leute stehen drauf. Necromancer, not a mage. And she isn't past killing for the information she seeks. You just gave her a target. A sill is handmaiden. I need you to help me. Or that girl is as good as dead. Okay, dann schauen wir mal, ob der Infos hat und ob man da auch rechtzeitig hinkommt. Ah, so wieder Retour hier. Oh, bist du tot? Ah, so ne, ist ne Wache. Ich frage mich, wie das ist bei dem Tod und mit Free-to-Play. Ob es dann da Sachen gibt, was einen dazu bringt, hier Geld auszugeben. Oh, ich bin da mit dem Auto laufen, hätte ich gern wieder. Das ist jetzt nicht erklärt worden am Anfang. Moin. Nur auf der Durchreise. Das Beinhaus. Okay. Ja, ne, die lassen wir uns mal in Ruhe. Müssen ja nicht alle hier unbedingt. Oh, hier gibt es Stress. Boah, der ist auf welchen Schaden. Das macht Laune. Da eben, das ist das mit dem, mit dem Counter. Da ist er ja. Habt man erst mir. Sehr du bist. Das ist ein Bruder, das überhaupt noch lebt. Ah, okay. Machen wir mal. Ah, da ist der User wieder. Äh, Pauly. Meinsen. Äh, ich wollte gerade sagen, hier steht Slytherin nebeneinander. Warum Bodendienste? Ja, jetzt bin ja ich da. Ähm, wie schaut's aus mit der Ausrüstung? Hm, ja, mach mal. Mach mal. Ja, dann kann man bei dir den ganzen Rest wieder verscherbeln. Ich hab's hier gern selber. So hat man. Was sagst du? Der erste, das war deine Idee, nicht meine. I'm looking for Queen Assylla's former Handmaiden. The girl's life is in grave danger. The Handmaiden? Gods, I didn't know. Her home isn't far. Just up the trail from here beyond the graves. I join you if I could, but... It's all right. I understand. Don't worry. I will find her. Und du würdest sowieso sterben. Okay. Dann schauen wir mal, wo die Zofie ist. Mindsätzlich hat man doch irgendwie keinen Loot hier in der Nähe. Kiste wär schön. Moin. Wow. Was zum Teufel bist du? Oh, nice. Okay. Was nochmal das Schönes? Das machen wir. Und wir haben sogar einen Sock. Alter. 342 auf 594. Grundlebende Gegenstände. Uuuuuh. Haben wir einen Sockel? Edelsteine? Nein, wir haben natürlich keine Edelsteine. Könnte man bestimmt kaufen. Oh, nice. Ich schrei in der Verbindung. Oh, cool. Warum ist hier eine Spur aus Gold? Okay. Ignorieren wir das mal. Was ist das? Gruppeneilung ist nämlich... Ist in der Nähe und Arbeit an einem ähnlichen Ziel, Leute. Gruppeneilung. Nein. Ich will alleine spielen erstmal. Und wie wird das für ein Kodex? Nice. Mehr Lul, sagte der Spieler. Und bekam's. Moin. Also ich hoffe, ich nehme den Looter nicht weg. Oh, da. Feindlinge. Also. Spielzeug. Na ja. Ist eigentlich doch ziemlich gleich. Aber mehr Intelligenz. Machen wir mal. Moin. Das ist schon überland. Hätte ich jetzt gesaugt. Ja, das sieht nicht gut aus. Oh. Und da. Was machst du jetzt zu schon wieder hier? Ja. Die Mädchen wurde getötet, bevor ich gekommen bin. Tuturiert von deinem Freund, ich glaube. Ja. Das sieht aus wie ihr Handwerk. Der Körper ist noch warm, auch. Hm. Ich glaube, eine Reanimation ist in Ordnung. Und da. Warte. Und da. Das ist klar. Das ist wahrscheinlich nur bei Master. Warte. Kriegt er nicht hin. Ja, ich hab mir eigentlich was anderes vorgestellt. Aber okay. Was Highlife in der Nähe, wenn ich mich versteckt habe, bei dem Moment zur Kundenordnung... Nein, möchte ich jetzt nicht. Nein! Nein! Stopp torturing mich! Ich habe nichts gemacht! Ich habe alles gemacht! Es ist okay. Kein Mensch kann dich nicht mehr schmerzen. Du bist jetzt sicher. Die Frau, die dich schmerzt hat. Was hat sie wollen? Sie wollen die Lieblingsdune. Ich habe sie gesagt. Ich wollte dich nicht, aber sie hat mich gemacht. Ich habe die König in der alten Garten gelegt. Ich habe die König im Hintergrund gelegt, damit ich nicht, dass sie einfach nur ihre Rest hätten. Ich habe sie verloren, Scylla. Ich habe meine Königin verloren. Warte mal, das ist jetzt deine Beerdigung? Passiert da noch was, oder? Ach, lass mich mal machen. Gehen wir mal wieder. Wir müssen aber mit dem Schmied sprechen. Aber zuerst machen wir das mit... Machen wir das mit dem Schmied. Dann ist er ledig. Eis. Okay. Ab zum Schmied. Zweit ist er nicht. Moin. Okay, das hat sich jetzt wieder gelohnt. Ist auch wenigstens besser. Oh ja. Anlegen. Oh, du bist noch besser. Mehr Intelligenz. Und 190 auf 414. Gefällt mir. Und da haben wir auch wieder was Neues. Ereignisse. Einfordern. Einfordern. 5.000 Gold. Neues. Ob es ein Auktionshaus? Also Auktionshaus gibt es so. So. Moin. Was kann ich für dich machen? Äh. Wiederverwerten. Erstmal hier alles. Und aufwerten. Da fehlen uns die Teile dafür. Müssen wir mega gut machen. Well done. Okay, werdet ein Gegenstand auf. Hab ich jetzt. Hab ich jetzt grad. Oh yes. Windskraft und Beharrlichkeit. Können wir grad noch mal machen. Oh, Belohnung bitte. Danke. Welt. Und auch hier wieder. Ähm, okay. Okay, begebt euch zum Grab der Königin. Das. Das klingt ein bisschen nach Bossfight. Könnte ich mir so gar nicht lesen, was im Chat steht. Weil der Mikrofonarm, der ist genau so vor mir, dass er den Chat verdeckt. Ah, da ist es ja. Eine neue Instanz. Und auch. Außenmeister ist da. E-K-Lis. Okay, jetzt schaue ich mal wegen dem Chat. Kann ich das? Äh, Chat. Nein. Also Welt brauche ich mal nicht. Plündern, Truppe, Clan. Ja, lassen wir es mal so. Erstmal. Und da. Okay. Wir werden erstmal hier außen rum gehen. Einfach zum gucken, ob wir nicht hier eine Kiste haben. Und da. Und siehe da. Da ist eine Kiste. Sogar eine zweite? Oh, geil. Sogar eine dritte? Nö. Schön wär's gewesen. Äh, okay. Was ist alles müde hier? Ah, mehr von diesen wunderschönen Spindern. Flammenwerfer wäre jetzt so ganz praktisch. Okay, und jetzt? Ah, klar, mal untersuchen. Da ist nichts mehr drin. Na, komm jetzt her. Komm. Ist es gut oder böse? Ah, du bist böse, alles klar. Ah, ich brauche Heiler. Holy shit. Okay, wir holen uns da mal seine Heilkugel. Ah, ich sag's euch. Meine Gehilfen sind einfach die besten hier. Okay, das ist easy going. Ah, wer braucht schon Gruppen bei sowas? Hahaha. Naja, es kommt bestimmt noch mit den Gruppen. Alter. Alter. Nein. Wo ist er hin? Oh, 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 oh. Das tut mir. Nein, nein, nein. Oh, fack, 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 fack. Alter, hau ab, hau ab. Oh, oh. Todesklage. Und Stufe 15. Oh, Geisterform. Leichtenexplosion Rang 4 Fertigkeiten Geisterform Verwandelt euch 2 Sekunden lang in einer Gespenstung mit 15 Wündelbewegungsgeschwindigkeit und Verwundbarkeit, ihr könnt währenddessen nicht angreifen Nö, das mach ich erstmal ohne Ausrüstung Schaden gegen Unterde um 6 also um 60% Das machen wir auf jeden Fall Okay Na komm Wirklich verlassen, ja bitte Ähm, was sagt der Questmarker in das Ashwood Anwesen Und da Oh, der ist Zirbel da aber mit dem Bonus Wir haben ja super Magie hier Die spare ich mir jetzt aber Boin Boin Hä, bleibt stehen Also ungefähr Wir müssen die Sorge dieser profanen Recht auf ihren Apex Wir werden meinen wehrwerden Apprentice Oh, der Head possession Oh ja, war ja klar Au, 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 au Das ist mir gut Okay, machen wir es gerade kaputt Ja gut Ja gut, der ist jetzt aber auch allein geschafft Und was sagst du? Hallo? Au, außer die haben die Kiste Crazy Monkey Terribus Oh Spieler wiederbeleben Oh oh Oh, gut vor dem Oh oh Okay, das war jetzt einfach Auch wenn es, glaube ich, ungewollt war Was passiert, wenn ich von den Von den Flaschen hier Nichts mehr habe Aber bitte Lass es nicht etwas sein Was man dann Mit einem Itemshop wieder aufladen muss Hey, servus Nehme mit Das war jetzt ein mega geiler Effekt Hier mit dem Feuer Hallo Nice No Nice. Ich bin Stufe 16. Ich frag mich, ich frag mich, ob sie da mal ein bisschen was am Balancing machen, weil eine wirkliche Herausforderung ist es jetzt noch nicht. Ich glaub, ich nehm da ein bisschen als Messlaute dann die erste größere Instanz, wo man auch mit einer Gruppe rein könnte. Moin! Glaub ich nicht, er hat eins. Na komm, lass mich angreifen. Komm jetzt. Hallo? Ah, da! Oh, holy shit! Ah, oh scheiße, die machen 200 Schaden. Nice. Es ist fertig. Die Brieche ist öblich. Du kannst es nicht aufhören. Und ich will nicht. Du bist mein Ziel, Lethus. Mein Fehler zu unterbauen. Bitte. Du kannst mich nicht mehr unterbauen, als du die letzte. Oh. Oh. Uh. The rift is drawing strength from the skeleton king's essence. You must go inside and break the tether that connects them. Are you actually suggesting that I physically enter the realm of the dead and quell the mad king's spirit? Ah, yes. Lethus desires dominion over the und dead. The power Diablo left within Leoric's blackened soul. Put his soul to rest. And the rift will go inert. Okay. Feature freigeschauen. Battle Pass. Was kriege ich denn da für das? Ach so. Wieder Goodies. Äh. Was? Nein. Ach so, hier die Gratissachen. Alles klar. Battle Pass. Mehr erhalten. Ja. Okay. Alles klar. Nein. Ich bin nicht mehr. So, dann gehen wir mal ins Reich der Untoten. Und Schwierigkeit 1 in Polenstufe 10. Ja, da sind wir schon weit drüber. Also, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr da effektiven Let's Play sehen wollt von Diablo Immortal, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschöle. Tschöle.